Und herzlich willkommen zurück zu Megaman Teil 2. Zwei Warbott-Master sind nur noch übrig. Heatman und Crashman. Und ich gehe jetzt... Ach. Ich gehe direkt zu Crashman. Hallo, Mr. Bora. Okay. Viele meinen ja auch, dass der, der schwer ist. Es geht. Ich finde sie seine Bahn ziemlich doof, mit den komischen Schraubenflöpseln hier. Ach, mein Gott, noch mal. So, haut doch mal alle ab. So, weg. Ah, genau dann. Na, aber. Ausgabe. Oh Gott, das dauert nur 100 Jahre. Gut, dass ich da stehen geblieben bin, damit er mich treffen kann. Naja, auch Gegner brauchen ein Erfolgs-Erlebnis. Oh, ein MeToo. Oh, ich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Wow. Okay. Noch einer. Ja, von diesem noch genauso doof wie sonst auch. Okay. So, was erwartet mich hier? Sowas blödes, okay. Energie, die will ich mir jetzt nicht holen. Wenn da ein Leben liegen würde, dann würde ich nochmal runterspringen, aber nur für das bisschen Energie da. Bö. Oh, was geht denn da denn so doof? Ja. Okay. Oh. Gut. Jetzt kommt es. Richtig doof hier. Richtig schöne Achterbahnfahrt. Mit allem Drum und Dran. Na. Nein. Na. Gott, wie viel Energie da jetzt liegt. Schlimm. Ja, jetzt lassen wir nur noch Energie fallen, oder was? Na, toll. Ich werde, wenn ich nachher Energie brauche, lässt keiner mehr was fallen. So hoch. Okay. Das müsste die Hälfte sein. Was kam denn hier auf? Was war das denn? Ich habe nicht gesehen, so schnell ging das. Ich glaube, das war dieser Dosen-Turm, den ich jetzt einfach mal ermordet habe. Hier ist auch nichts. Okay. Das war der Dosen-Turm. Das war der Dosen-Turm. Aber an dem komme ich eigentlich auch so hoch. Dab dadadadab. Und wieder hoch. So, hallo, du, du warst mit Dosen. Hallo, Mithool. Ich bin wieder da. Ernsthaft. Es ist ein kleines Mithool. Und das macht mich jetzt so kaputt, oder wie? So. Wapwapwapwap. Ah, bleibt auf. Danke. Mein Gott, nee. So, geh weg. No. Ich habe nur noch so wenig Energie. Nein. Ich sterbe gleich wegen Kübeln. Nee, das liegt nicht. Also, setz dich an Energie. Tank mal schnell ein. Ich will jetzt nicht echt hier so mittendrin sterben müssen. Ist doch doof. Wenn die schon sterben muss, dann bei einem Robot Master. Aber nicht einfach so irgendwo mitten in der Welt. Ist ja peinlich. So. Morgen. Ah, Vogel. Vogel. Ich hasse Kübel. Eigentlich mochte ich Kübel früher, aber jetzt nach sowas hier kann man sie nicht mehr mögen. Da war es ein Energietang. Das ist gut. Ich habe gerade einen gebraucht. Und schon habe ich wieder einen neuen. So. So. Hier will ich auch ja rauskommen irgendwie. So. Und so. Gut. Hat ja funktioniert. Okay. Ich glaube, da oben ist ein Leben. Das möchte ich gerne haben. Zack. Wow. Döde Viecher hier. Ah. Das war richtig schlaubart. Wow. Der ist fast auf mich drauf gehüpft. So. Crashman. Deine Waffe ist der Air-Shooter. Das weiß ich auch noch. Okay. Hallöchen. Wupp. Ah. Wupp. Wupp. Gut. Und die Mine ist direkt neben mir explodiert. Aber es hat mir ja nichts mehr ausgemacht. Sehr schön. Damit ist nur noch einer übrig. So. Und ich werde ausgerüstet mit... Na. Der Crashbombe. Das ist eine hässliche Farbe. Okay. Hallo Heatman. Mache ich dich auch nochmal fertig, du kleines Feuerzeug, du. Okay. Jetzt deine Bahn. Und das war glaube ich wieder mit Lava und sowas. Komisch, dass man immer Feuergegner mit sowas verbinden. Okay. Spring. 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 Danke. Jetzt springt der auf einmal, ne? Ich hätte geschrien, wenn der jetzt in dem Moment gespawnt wäre. So. So. Ah, Mann. Ich hasse diese Welt irgendwie jetzt gerade. Oh Gott. Nein. So, wo geht die hier rüber? Okay. Hat ja funktioniert. So, rüber. Das kleine Ding hier muss sie weg. Und so. Okay. Nein. Sowas tue ich mir nicht an. Ich weiß, was jetzt kommen würde. Und sowas so... Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das wäre jetzt fatal dann. Och mein Gott, ne. Nimm mich genau da. Da hab ich Angst. Hüpp. Gut. Nein. Gott sei Dank. Nein. Och ne. Och. So, Gläder-Schild. So, hüpf. Hüpf. Ich komm hier nicht raus. Scheiß Stelle. Ich bin drüben. Jetzt will ich noch ein bisschen weiter latschen. Ja, genau auf dem Wegen. Bin wir doch einfach hier. Da hab ich doch mal ein schönes Item für. Hüpf. Hüpf. Düsen wir einfach hier rüber. Wir aus dem Leben. Na, ich dachte, das würde ich einsammeln. Neue. Was soll's. Ich bin drüben. Und das ist das Wichtigste. Okay. So runter. Nach so einer haben wir hier. Und der Entgegner, Gott sei Dank. So, Mr. Heat. So, ich überlieg meine Bubble-Place hier aus. Okay. Hallo, Heat-Man. Da, 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 da. So, Rütt. Komm rüber. Hüpf. Komm rüber. Und der bist du. Super. Ah, ja. Damit sind alle Robert-Master geschafft. Dort ging ja einigermaßen gut. Sehr schön. Und wird ausgerüstet mit... Atomic Fire. Atomare Feuer. Okay. Und da ist wieder unser kleiner Dr. Light. Und da eine Nachricht für mich. Ja. Das müsste dann ja Item 1 sein, ne? Würde ich sagen. Item 1 ist fertig. Mach deine Waffen bereit. Ja, ja. Ich weiß. Mach doch mal ein bisschen schneller. Du alter Mann. Ja. Werd ausgerüstet mit Item 1. Danke. Gut. Stage Select. Und da ist wieder Dr. Willi in seinem schönen Ufo. Wieder mit seinen Augenbrauenkünsten hier. Ja, zwinker, zwinker. Ich hab's verstanden. Das Floss ist ja auch gar nicht groß, ne? Okay. Und ich war leveln. Ja, da ist schön Megaman Melody Grat. Okay, aber hier mach ich beim nächsten Mal weiter, Leute. Tschüss. Das Floss ist ja auch gar nicht groß. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020